Ich weiß warum. Warum? Sag an. Warum deswegen. Was denn? Wir brauchen einen Hämmer jetzt. Ja, damit wir den kleinern. Ja, genau. Dann müssen wir mal 8 Steine hämmern. Ich mach 2 Stück. Mach die gleich auf Steine, ist generell grad egal. Weil die Heidungen sind länger. Ja, aber übertreib rund. Ja. Ups. Das ist mein jetzt auch. Ja, ja warte. Gib mir meinen Hämmer wieder. Kiste. Gib mir meinen Hämmer. Achso. Trotzdem, jetzt klautern sich die Steine raus. Ja, den hab ich auch erfahren. Muss ich jetzt den Stein hinsetzen und dann mit dem Hämmer benutzen, ne? Ja. Ich mach da doch jetzt die Sachen und was? Gibt's den Arsch? Es gibt Gravel. Ja, wir brauchen aber das. Aber ich bin auch hier die ganze Zeit der Farmboy. Ich muss auch ein bisschen Abwechslung machen. Mach doch heutz weiter. Ich mach ja auch heutz zwischendurch. Wegen Seeds. Oh. Ein Nougat. Ein Broken Aluminium. Oh. Hm. Ich schmeiß das doch hier rein, Mensch. Hä? Ich wollte grad sagen, was wabbelt ganz rechts in meiner Leiste, aber das ist der Wur. Oh, bin ich verpeilt, ey. So wie immer halt, ne? Soll ich hier mal hier... Ah, Skeletthei. Du hast ja jetzt gespawnt. Drüben. So noch Setzlinge? Was? Naja, alles gut. Ey, hallo. Gehen sie backfit. Ich brauch ein Setzling. Hier. Durch das Nachziehen hat er natürlich den, den ich beiseite getan hatte, mit in den Composter geschossen. Deswegen bleibt da einmal einer in der Kiste, oder nicht? Ja, ich wollte ihn verwenden. Eigentlich. Aber, naja. Sagt da nix zu. Aber man kriegt relativ trotzdem schnell wieder zu. Ähm. Da brauchen wir mal eine Aussprache heute wieder, ne? Bombe. Ja. Oder es wird ganz klar. Äh. Mich grad verarschen. Zombie? Das war ich, Alter. Ja, ne. Weil wir machen meistens Geräusche, wenn Zombies da sind. Äh. Deswegen. War ich. Ah, fuck you. Was passiert? Ich hab ein Setzling da reingeschmissen. Ey, wir sagten, wir haben gar kein Setzling mehr. Hast du noch einen? Deswegen sag ich das ja grad. Deswegen sag ich das ja grad. Ja, wir... Dann tu mal wenigstens bitte eine in die Kiste wieder. Ja, ich verballer dir jetzt auch grad noch. Oh. Skelett, ey. Schon wieder? Ja, lass ruhig. Ausgeleuchtet. Nein, hier hinten die Fläche nicht. Ist doch schon wieder angebaut worden. Ja. Ich glaub der ganze Zeit setzt ich es hier erstmal. So. Jetzt ist es ausgeleuchtet. Wir haben ja noch zurück. Okay, deswegen. Ja, aber hättest du dich lassen können. Ja. Ich glaub ich grad. Wir können ja immer noch ne Monster verlieren. Bauen. Ne einfache. Du brauchst auch noch einen Raum bauen. Ja, deswegen ja. Dann slapst und dann einfach uns nicht weghauen. Wo du einfach so reinschlagen kannst. Das ist einfach die einfachste Monsterfalle, die es gibt. Und war es sonst die effektivste. So anfangen halt, ne? Klar. Auch eine Stunde schon um? Ja. Wollt nix sagen. Fällt nur auf, wenn die Musik bei mir aus ist. Okay. Ich glaub ich ständig so viele Sitzungen bekommen und jetzt. Keine Ahnung. Oh gut. Vier stücken ganz gut. Fünf. Ich weiß es nicht. Wir farmen so viel Holz, 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 Holz. Na ja. Eigentlich geht das grad eher darum, Z-Link zu farmen. Für er. Ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Und Holz brauchen wir eh. Plattform. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Was ist denn los mit den Sitzlingen jetzt gerade? So. Scheiße. Wir müssen Sand mit dem Hammer machen. Und dann kriegen wir hundertprozentig das draus. Was? Dann musst du Gravel nochmal zerkleinen oder was? Ja. Und dann haben wir. Ja. Ja, ja. Uh. Äpfel. Wer ist damit? Hm. Ah, wird doch Zeit. hey du penis was ist das guck mehr an saft ja mehr an saft ich hab zwei in die kiste gegessen naja muss ich alle essen ich weiß auch gar nicht ob die wirklich viel bringen nein ich hoffe nicht mehr nein ja gut besser als gar nichts besser als gar nichts warum kriegt man eigentlich nur noch die kleinen Bäume weiß ich nicht weiß doch gar nichts du müsstest eigentlich noch größer wenn eventuell ich bekomme ja nur kleine weil der baum zu nah ist der andere ja aber ich frag mich ja gerade warum ich keine große necke jetzt wo man eigentlich hat man die mann wollen aber jetzt wo man braucht kriegt man keine ja und wenn ich das sage ne aber eigentlich müsste ich ihn jetzt infizieren lassen weil ich eigentlich so ein strings und sowas machen wollte ich kann ja da dabei geht immer den anderen auch komplett abbauen wir haben halt noch ein string oder noch zwei wir machen ja okay dann haben wir komplett aber den großen würde ich definitiv lassen ist ja egal ich meine trotzdem komplett abernten da alles und dann hat man das mal genug strings würde ich sagen von der zeit mir ist das egal man hast du spät geantwortet ja bin grad so am denken ein bisschen das ganze ja glaube ich nicht doch also einmal komplett weg so damit dass wir im klei der hinsetzen abbauen wir brauchen noch einmal was wir haben heute noch ein wasser jetzt muss wieder regnen aber dann kannst du da wirklich paar barrels hinsetzen ja dann komisch ja auch kurse wird keine ahnung und links der bomster den baue ich noch mal ab die bauten ich glaube sieben stück reichen für wasser man kann eigentlich so gut wie alles kompostieren kleiner geht aber um mich die großen sparen ganz schön selten obwohl wir gerade haben zweimal hintereinander folge in einem der vorher noch war und jetzt den der infiziert war aber in 30 jetzt komplett bei dem alles mit ab wie gesagt wir können halt einen neuen baum setzen ja genau das hat wirklich drei nur so kleine stehen weil es nicht so schlimm so gibt es auch erstmal holz wieder ich hab nicht richtig auf die kiste gelegt und da hab ich außerdem mit den steigen gebrochen auch Oh. Ich bin mal neben mir. Oh. Jackpot. Ja. Jetzt mal warum ich an der Axt. Schon wieder die nächste Axt verbraten, ey. Oh mein Gott. Du. Hm. So, lalalalalalalala. Klopp. 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 Zack. Eins. Eins. Zack. 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 Die brauche ich zum Wurf an. So. Ich hatte irgendwie ne fast kaputte Krog noch dabei. Wenn sie manchmal kaputt geht, dann kommt sie manchmal auch wieder. Ja. Das ist halt dieses buggy wegen dieser. Also da noch nicht ganz kaputt ist zwar. Ja. Ich weiß. Durch irgendein Delay kommt sie dann einfach kurzzeitig wieder. Kannste auch zwei, drei Dinger machen und dann sind sie wieder weg. Mein Gott, zwei, drei Dinger mehr machen ist auch nicht schlimm. Ich kenne das ja. Das war noch nie wirklich anders. Ja. Minecraft. Hm. Aber echt. Bei so einem Projekt freut man sich echt auf die großen Bäume. Hm. Komischerweise. Ja, weil man auch so viele Zipplinge in den Weg kommt, ne? Na, wie viele Zipplinge hast du schon? Hm. Zweieinhalb, sechs. Und alles, was auf dem Boden liegt. Okay. Hm. Ich sag ja. Reicht dann halt auch erst mal. Wenn mal haben wir halt noch. Wenn man später braucht. Obwohl, wenn man ne Masse hat.